Aber das ist schwer zu treffen, weil man schießt den Berg runter, also muss ich wahrscheinlich genau auf seinen Kopf... Oh, ich stehe da auch noch da, aber so blöd. Ich kann halt nicht seinen Kopf abschießen von hier aus. Sauber. Gut. Keine Ahnung, warum der da stehen geblieben ist. Ich weiß es nicht. Vielleicht wollte der irgendwie noch die Seite checken oder so, oder hat jemand gehört in seinem Haus? Ah. Da ist er doch. Da ist doch einer. Oh, 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 der schießt sogar nicht mehr auf mich. Was ist denn da los bei ihm? Das könnte sein, dass der das gewesen war, ne? Der hat... Ich hätte ihn fast umgefahren, aber der ist irgendwie blöd gelaufen für mich. Das Gute ist, dass der... Dadurch, dass der jetzt geschossen hat, weiß ich, dass auf der Kirche sehr wahrscheinlich keiner ist. Wo ist denn mein Buggy hier? Weil, ähm, der... ...nicht beschossen wurde von der Kirche. Der stand halt so offen da, ne? Nice. Ja, gut, das soll nicht stören, wenn da jetzt einer lang fährt. Ich hoffe mal, das stört nicht. Ja, das müsste jetzt irgendwo hier schon close sein, ne? Ach, Mist, der kommt jetzt genau hier lang. Das ist natürlich scheiße. Jetzt hat... Jetzt hat mich halt der Sniper schon gehört, ne? Jetzt hat mich halt der Sniper schon gehört. Schade, er ist mir nicht reingerannt In die Nate Das wäre zu witzig gewesen War es nicht der Typ, den ich kannte Oder den ich vorhin gesehen hatte mit dem Schally auf der M24 20 Er hat auch ein Fahrzeug bekommen Könnte sein, dass er das gewesen war Also der Typ, den ich Vorhin an der Seite noch gesehen habe Hey Lord Barsi, grüß dich Der ist immer noch am Stein, das gibt es ja gar nicht Der ist schon seit Ewigkeiten an diesem Stein Vorhin war der auch schon dran Er ist weitergelaufen Jetzt kann ich Gucken, ob unten aus den Häusern noch welche Kommt das eigentlich ganz gut Hier die Posi Hier steht schon ein Buggy Der hat sich genau richtig hingestellt Für mich Perfekt Cool Schade Der ist schon tot Der ist sogar noch einen Drop Da hinten Die Frage, ob der jetzt schon durchgelootet ist Ich glaube nicht, dass das gut ist, wenn ich hier außen rumlaufe Aber irgendwie will ich noch mal an den Drop ran Ach, da sind schon Sachen Ja Warte mal, da liegt ein neuer Dreierhelm Ja, den muss ich holen Hat da echt einer liegen lassen Das gibt es ja gar nicht Beziehungsweise der hatte wahrscheinlich schon drei Equipment dann Da unten ist er gelaufen bei der Halle Ich habe ihn gesehen Oh, shit Das ist natürlich jetzt ein bisschen bescheiden, muss ich sagen Hm Egguxberg Ich habe keine Smogs Oh Natürlich suboptimal Ich habe keine Smogsberg Oof. Heilige. Yo. Oof. Oof. Oh, predicted. Er ist immer noch da. Nice. Oh, was ein Stress gerade hier. Trotzdem, GGs, wir haben es.